Leute! 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 Novi, wie war das? Oh, Prü! Leute! Das erste Konzert der 2er und ich glaub das nicht! Ich glaub es ja nicht! Liebe Freunde, was war los hier in Grat? Danke, dass ihr eure Ticket so lange behalten habt. Das ist das größte Geschenk, was ihr uns überhaupt machen konntet. Die Hütte war so voll und es war so geil. Und ich hab nicht gleich beim ersten Song geheult. Doch vielleicht ein bisschen. Doch vielleicht ein kleines bisschen. Aber das war richtig geil. Das war ein großer Knaller. Und? Der Sommer kann kommen. Das war ein schöner Auftakt. Wir freuen uns sehr und wir werden jetzt auf jeden Fall ordentlich Muskelkater haben wollen. So viel weiß ich jetzt schon. Liebe Freunde, schlafs gut, gute Nacht. Liebe Grüße aus Graz. Das erste Konzert seit 2 Jahren. Ich glaub es nicht. Es geht wieder los. Es geht wieder los! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Du weiner wenn einen Moment nicht zu abnormal fühlen. Wächtestade! Wirarians ein Jersey EinwGM